Jojo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde 1 gegen 1 hier auf dem Tmuller Server und ja mal was ganz besonderes, ich werde mal kein Turnier hier jetzt machen, sondern ich werde einfach mir so hier bei der Warteschlange hier vorne einfach mal random Leute raussuchen mit bestimmten Kids und zwar habe ich das wahrscheinlich im Titel schon gelesen, werde ich YouTuber Kids dran nehmen Ich habe mir 10 Leute rausgesucht und ja die werdet ihr auch eingeblendet sehen und ja mit deren Kids werde ich mal spielen, mal gucken was die für Kids haben, ich habe mir ein paar angeguckt, also ich habe mir alle kurz durchgeguckt, um zu gucken ob die denn auch ein Kid hier haben, weil nicht alle spielen hier auf Tmuller oder sind schon mal hier drauf gewesen auf 1 gegen 1 und ja aber die, wo ich habe natürlich schon, deswegen haben die auch ein eigenes Kid und ja ich habe mir da auf jeden Fall ein paar Leute rausgesucht und ich wollte auch noch jetzt vorab sagen, dass ich hier eine neue Tastatur jetzt endlich habe Was heißt endlich? Aber hier habe ich eine neue Tastatur, das ist die Rocket Rias, aber da werde ich irgendwann nochmal was genaueres zu sagen Und meine anderen Teile, die ich bestellt habe, die werde ich euch dann auch irgendwann mal sagen in einem anderen Video, aber das bildet sich hier gerade relativ schlecht an Und ja ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Kid an, ich habe hier mir so ein eigenes kleines Kid erstellt, aber es ist eh gleich wieder weg Okay, fangen wir mit dem ersten an und zwar Crafting Pad Ja, er hat einfach eine Diamantrüstung und Eisenschwert, Angel und eine Feuerkugel und ich habe mir auch so vorgenommen, ich muss zwei Runden, also hier jetzt 2 1 gegen 1 Oh Gott, ich glaube ich habe, hä, lol, oh ne jetzt bin ich, Ding, hä, wieso war da jetzt mein Kid? Okay, warte, ich gehe nochmal hier rein und guck mal, vielleicht hat das Kid gerade nicht übernommen Hallo, doch, aber hä, warte ist es, Uni Oder ist es nicht mein eigenes, warte, ich probiere mal kurz nochmal Geht, egal, eigenes Kid, bitte, danke Und, okay, jetzt Ähm, ja, gut, was wollte ich sagen, ich wollte mir irgendwas sagen, kann das sein? Egal, aber ich werde auf jeden Fall, ähm, alle einblenden Und auch, wie gesagt, zwei Runden hier gewinnen Hier kann man gar kein Feuer platzieren, also ist die Kugel relativ unnötig Ähm, und Ja, auf jeden Fall werde ich alle eingeblendet haben Und bei denen können die auf jeden Fall mal vorbeischauen Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt nichts dagegen haben, wenn ich den Kid verwende Aber ich denke mal nicht, oh Gott, hält man viel mit der Tierrüstung aus Okay, eine schon mal gewonnen Ähm, und, ja, wie gesagt Einfach zwei gewinnen und dann Ist der Hase am Laufen Oh Mann Ich habe auch zum Beispiel bei, äh, hier Ich weiß gar nicht mehr, wer es war Irgendjemanden habe ich Oh Gott, ich verwende das Kid eigentlich gar nicht Ich glaube einfach nur drauf Ich habe irgendjemanden, ich weiß nicht, wer es war Aber auf jeden Fall bei einem, der hatte irgendwie kein Kid Ich weiß nicht, wer es war Ähm, aber der hatte irgendwie Doch, ich habe Nordop probiert, weil ich einfach mal Meine Apobox ein bisschen durchgegangen bin Und Nordop hat hier zum Beispiel kein Kid Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch, äh, Minecraft spielt Das glaube ich schon, aber Hat er zum Beispiel auch kein Kid Ähm, und Und, ja, aber auf jeden Fall Das Kid von Crafting Pad Ist halt ein normales PP-Kit Ich werde auch ein bisschen meine Meinung zu sagen Und, ja, ist, wie gesagt Ein schlichtes PP-Kit Die Rüstung vielleicht ein bisschen zu stark Aber, gut Okay, dann Slash-Kit The Beats Ich werde mir Ich nehme einfach die Reihenfolge So wie wir Wie die hier bei mir stehen Weil ich es mir aufgeschrieben habe Ähm Haltbarkeit hellen Weil Goldhem geht schnell kaputt Äh, halt einfach irgendeine Rüstung So, Tier, Ding, Ketten, Hose, Eisenstiefel Dann auch eigentlich relativ normales PP-Kit Aber Die Tränke Und Ja, mal gucken Ob ich da auch so schnell wie hier Jetzt gerade Einfach zweimal hintereinander So direkt gewinnen Krass wäre es auch Wenn ich einfach jetzt Beide sofort gewinne Also Ich meine jetzt Von allen Kids alles sofort Oh Gott, stimmt Der hat ja einen Bogen Mit fünf Pfeilen finde ich gut Der gibt es nicht so viel Bow Spam Was er auf jeden Fall schon Versucht Aber damit wir dann nicht durchkommen Oh Gott Der Trank Die Trank Oh Gott Den hat es aber auch richtig erwischt Okay Jetzt komm her Die Tränke machen aber auch richtig viel Schaden hier Ist mir letztes aufgefallen Okay, gut Den ersten haben wir schon Ich vergesse immer die Tische Scheiben Oh nee Okay, dann hier nochmal Es wäre echt krass Wenn wir hier alle gewinnen würden Aber mal gucken Es wird auch relativ lang Glaube ich Das Video sogar Äh Da ich halt viele Kids ausprobiere Und ja, okay Der trifft auf jeden Fall schon mal nicht Oh Gott Oh Shit Hoffentlich meine Dass es falsch Schaden an ist Bekommt der Schaden Ja Okay, es war nicht so schlau Es war echt nicht so schlau Und da haben wir ihn Okay Das Kit von den Beats Wie gesagt Auch ein normales Pfeekit Halt Die Tränke machen es aus Und die sind auch eigentlich relativ wichtig Wenn man den hier richtig setzt Hat man es eigentlich eh schon so gut Aber der hat halt den Heiltrank Und wenn man den da genauso gut setzt Ist es ungefähr wieder ausgeglichen Und Ja, ich würde sagen Wir kommen zum nächsten Kit Und zwar von Jemand Let's play Okay, er hat halt hier Seine Anordnung Die Angel Äh, das Schwert auf der 3 Das mache ich mal so Ähm Ich glaube ich Ist sogar noch das Waro Kit Könnte ich mir zumindest gut vorstellen Ähm Ja, auf jeden Fall Ein Waro Kit Ja, ja Okay Hier mal in die Warteschlange So Ich weiß nicht was Hier Okay, es sind nur Direktheilung Dann Ich glaube ich wäre der Goldapfel am Anfang schlau Und Ja, Lava Eimer und so halt auch ausnutzen Man muss sich halt immer auf jedes Kit umstellen Das ist eigentlich gar nicht so einfach Aber Eigentlich ist es eh nur Also wenn es bestimmte Eigenschaften denn auch hat Jetzt hier zum Beispiel der Lava Eimer wäre Jetzt für ihn eine Option Aber ne, gut Macht er nicht, macht er nicht Genauso wenig wie ich Feuerzeug können wir mal hernehmen Und da haben wir ihn Okay, erste Runde gewonnen Also es wäre echt richtig krass Wenn ich jetzt hier alles gewinnen würde Ich würde dann 20 Runden Hintereinander einfach direkt gewinnen Das wäre schon krass Okay Ähm, der ist da vorne gleich Okay Erstmal snaggen Er hat den Goldapfel schon mal nicht genommen Okay, der brennt Schisch Zum Glück hatte ich einen Goldapfel Okay, er löscht sich Oh Gott Die Pfeile hat man 20 glaube ich Ja Oh Gott Oh ne Das geht jetzt Borgig, ist bei mir los Oh Gott Nein, ich renne da nicht rein Okay, bitte gehen wir weg Danke bei dir Oh Gott Trank der Heilung Der Pfeil macht ihm nicht so viel Schaden Wir haben mit dem Schwert draufgegangen Hätte mir auf jeden Fall mehr Schaden gemacht Oh Gott, das kann doch nicht weitergehen Oh shit Okay, es wird sogar relativ knapp der Kampf Ich will aber nicht, dass er mir meine Killstreak versaut Nein So knapp Oh Gott Shit Oh shit Oh nein Oh nein, ich verkack grad Shit Oh ne, ich muss den Trank nehmen Und dann wieder umdrehen Und die Oh Gott, zum Glück ist er hängen geblieben Oh shit Oh nein Okay, das wird echt Uh Okay, jetzt gebe ich ihm aber Aber ne, der hat mich auf jeden Fall Der dürfte sogar volle Herzen gehabt haben Finde ich nicht so gut Okay, der hat auch noch beide Tränke Das ist ja auch das Coole Oh man, dieser Kampf ist Eigentlich schon verloren Aber ich probier's noch Vielleicht kann ich dadurch irgendwas reißen Weil er meine Lava nicht nimmt Der hinter mir ist Nein, der rennt auch nie rein Ich will jetzt aber auch nicht die ganze Zeit wegrennen Wo er es aber eigentlich schlau wäre Okay, wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit so anzünde Ist das eigentlich Er hat halt den Eimer, ne Wenn ich ihn den wegnehme, dann hab ich's Darauf schwitze ich jetzt Nein, okay, jetzt bin ich tot Ja, schade Er hatte sogar sechs Herzen Ich muss ihm auf jeden Fall den Eimer wegnehmen Weil der haltet sich Okay, ja, das stimmt Ist ja gar kein Turnier Der war ja was Okay Das mit den, äh Allen Runden hintereinander Gewinn hat wohl doch nicht so gut funktioniert Ich glaube, ich hab mit dem Kit jetzt Noch nichts gewonnen Kann Es war ja die erste Runde geladen, oder? Ja, ich hoffe schon mal Okay, der lässt auf jeden Fall sein Wasser Schon mal hier stehen Das finde ich, äh Eigentlich relativ gut sogar Weil ich mir das jetzt einfach nehmen kann Oh Gott Ich setze sogar falsch Äh, ja Gut Jetzt hat er keins mehr Wenn ich ihn jetzt in die Lava bringe Ist er so gut wie tot Und ich werde ihn mir mal ausnutzen Und er kann sich nicht heilen Weil ich sein Wasser hab Das ist auf jeden Fall Nicht so gut Oh Gott, wenn ich jetzt noch sterbe Ist das echt nicht so gut Oh shit, oh shit Oh shit, nein Nee, 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 mein Lieber Uh Okay, der wird auf jeden Fall Noch ne Weile brennen Ich nehm mal die Lava hier unten wieder Okay, der wird echt lang Der brennt echt lang Oh shit Uh Gut sogar noch Ah, er hat den Goldapfel noch shit Naja, nicht genommen Stimmt, da war ja was Aber er ist relativ low Ah nee, hat er den Drang Ich vergesse es voll Okay, jetzt Aber haben wir ihn Ich denke schon Ja, gut Nice Hex, Wichser Verpiss dich In dein Loch Okay, eine Runde noch Und dann mal gucken Wer ist das? Hallo Ah nee, wir haben schon zwei Wir haben schon zwei Fällt mir drauf Egal, spielen wir eine dritte Mit dem hier Stimmt, weil auf der Map Hab ich auch das erste gewonnen Oh ja, hängt im Boden Werde ich jetzt eh nicht gewinnen Ich kann nicht einschätzen Kann, wo er ist Er hängt im Boden, Leute Ach ja Ich kann halt nichts machen Uh Mal gucken, vielleicht Ja, nee Was soll ich machen Er hängt halt Übers im Boden Nicht Boden Das ist ja der Boden Guck mal Wo ich die Lava hin platziert Hab Und er war einfach Drin Okay, jetzt nicht mehr Jetzt können eventuell Was werden Oh Gott Wie er rumschlägt Er hat jetzt auch den Trank Genommen Das finde ich gut Oh Gott Ich hab mein Eisenschwert Da weggelegt Oh Gott War nicht so schlau Oh Gott, okay Ich bin so tot Ich bin so tot Keine Ahnung Ich weiß nicht Ob er mit dem auch spielt Aber was will er denn damit Also keine Ahnung Das ist halt jetzt Kein richtiges Kind Das kann man nicht werden Ähm Aber Gut Ich weiß noch nicht Ob 16 Pfeile Überhaupt für den Gegner Reichen würden Man hat halt nur Halbarkeit drauf Ich weiß nicht Ob es 16 Pfeile ausgehen Ähm Aber gut Ich glaube auch Dass ich so machen Oder soll ich hier Zweiteile aus dem Video Draus machen Weil Das ist halt Ähm Oh Gott Ich glaube Ich bin weiter vorne dran Wenn er voll durchzieht Macht es natürlich mehr Der Match Das macht er glaube ich nicht Hat auch keine Pfeile mehr Oh Gott Okay Es geht sogar Wenn man fast alle trifft Dann ist es gut Ähm Ich glaube Ich muss das Video Sogar in zwei Teile machen Oh leid Ähm Da Keine Ahnung Wir sind schon bei 10 Minuten Und wir haben 1, 2, 3 Das ist jetzt der vierte Kit Ähm Und das ist schon ein bisschen Viel dann Und ich Wenn man noch Denkt Ich muss jetzt noch 10 Kämpfer Mit den jeweiligen Kids machen Das ist ein bisschen Ich weiß nicht Ich denke Ich werde hier Zwei Teile draus machen Oh Gott Ich bin auf jeden Fall besser dabei Ja Ähm Oh ne Jetzt ist er wieder gut dabei Das könnte vielleicht Echt knapp ausgehen Diesmal Okay Jetzt habe ich keine Pfeile mehr Jetzt muss ich seine aufsammeln Okay Jetzt ist er Jetzt wird er gewalttätig Du Er sammelt auch die Pfeile auf Äh B Aber ich habe keine mehr Okay Jetzt die ganze Zeit weg zu rennen Ist natürlich auch nicht so schlau Aber ich denke Leute Ich habe fast volle Herzen Der hat mich viel besser getroffen Eigentlich Das heißt Äh Das ist Keine Ahnung Wo es Äh Ich denke Wir würden uns jetzt ein bisschen Clown So Weil ich glaube nicht Dass man schneller Herzen verliert Als man regeneriert Das magst du dich nicht mal in die Schlager zu schlagen Wenn er den Fall trifft Bringen ihn eigentlich auch nichts Nur dass er mich halt ein bisschen lower geschossen hat Aber gut In die Labe mit dir Und dann haben wir das Oh nein Kein Wasser Oh nee Oh man Dieses Skid Ohne Halperkeit Ja okay Die Errüstung ist auch Viel zu krass Okay ich denke mal Das Skid war nicht dafür ausgelegt Okay er zieht sich aus Er hat keine Lust mehr Ich habe eigentlich auch keine Lust mehr Okay aber er war glaube ich lower Kann man das sagen Ich nenne es einfach Machigi Ähm Und Ja wir haben jetzt 5 Kids Soll ich ein langes Video draus Ich mache ein langes Video Kommt Ich mache einfach ein langes Video draus Who cares Okay Und dann machen wir mal das Kit von Mr. Morgame Hä Warte Ne ist nicht Morgame Mr. Morgame So Ähm Er hat einfach Eisenrüstung Gold Äh Hier Holzschwert und Angel Ähm Ja Normales Kit halt irgendwie Also das Holzschwert ist ein bisschen niedrig Aber gut Wir spielen gegen Pinguin Oh nee Oh nee Haben wir ja direkt das gute Kit bekommen von Mr. Morgame Er kennt sich ja mit Pinguin aus Okay der verwendet die Angel nicht aber Gut Haben wir Gerade so gewonnen Dann noch eine Runde Und dann haben wir das auch schon abgehakt Es geht eigentlich relativ schnell mit so normalen Pinguin Kids Okay Dumm 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 Alle Hashtag Leerzeile Fabio Leerzeile Turnier Ja ich werde kein Turnier machen Haha heute Ausnahme Oh Gott meine Angel Kann man hier nicht irgendwie sichere Angel einstellen Das wäre auch mal eine gute Idee Weil ich bei der Tastatur gerade noch ein bisschen am üben bin Ist das Angel Das Angel zu switchen Achso Ahja ich brauche ein neues Kit Neues Kit Ähm Denn die W-Taste Also das ist die Rocket Rise Habe ich ja schon gesagt Ähm Und die W-Taste ist Ein bisschen unter der Zwei-Taste Da muss man so Ich gehe eigentlich nur so ein bisschen weiter Ähm Und Ja keine Ahnung Das liegt halt ein bisschen höher Ist ein bisschen Ungewöhnung Aber dann kommen wir jetzt zum nächsten Kit Und zwar zu Krancraft Ja Er hat auch ein Stück normales PvP-Kit Mit Eichenholz, Stein Spinnweben und eine Feuerkugel Und ein Wasser einmal zum Hain Hain zum Löschen Ähm Ja Auch ein normales PvP-Kit eigentlich Und Ja mal gucken ob wir das auch rocken Aber die hier zum Beispiel Irgendwie kann man hier überhaupt bauen Ja Okay dann halt zum Bauen Ich weiß nicht ob ich die jetzt verwende Okay jetzt glaube ich auf K Bist du auf K Oder du? Ne Gut Ne 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 Ich will dich nie Die Runde geht schon viel zu lang Ne Okay Nein Okay Oh man Okay Oh man Die Runde geht schon viel zu lang Okay Go go Okay ist er fertig Oder? Ähm Go Äh Jo Okay Okay go Kommst du runter Ey Okay Okay es war halt unmittelbar Jetzt Oh Gott Shit Digga Man hat einen Bogen Da war ja was Auf einmal zückt er so den Bogen Ich denke mir hör wo her Okay es war jetzt Hat er jetzt noch ein bisschen mehr Zeig Okay gut Hey ich hab dreimal Volt gekloppt Wusstest du das schon Okay jetzt schnell weiter machen Jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren Okay The lul The lul Lord? Ne. The LOL Lord. Achso. Okay. Oh, ne. Shit, Digga. Okay, da wurde ich direkt. Okay. Nochmal schnell eine Runde. Mal gucken. Ich glaube, für das brauche ich sogar am längsten jetzt. Weil das hat echt viele Sachen, die ich einfach einsetze, obwohl man es hier eigentlich voll überbewertet ist. Okay, jetzt werde ich hier mal eine extra Brücke bauen, dass die Map ein bisschen, aber er kann mich runterschießen. Egal. Bauen wir mal eine Brücke drüber. Okay, ne. Er will nicht. Dann mach ich's auch nicht. Hier, komm her. Oh Gott, der Pfeil war sogar richtig nice. Okay. Den haben wir. Boah. Huh, der hat aber ein paar Schellen kassiert. Okay, Digga. Vergesst immer das Digga. Okay, dann machen wir schnell weiter. Schnell weiter mit dem Kit von Hauptnamen. Und Hauptmane, Hauptmane. Hauptna. So. Hä? H-U-B-N-A. So. Er hat werfbaren werfbaren drang der Heilung und vier Feuerkugeln. Ähm, ja. Da geht's auf jeden Fall um anzünden, hab ich bemerkt. Und ja, aber hier in der Map ist Wasser und man kann sich heilen. Also dürfte es kein so großes Problem sein, äh, durch Feuer zu sterben. Ist jetzt halt auch map-abhängig. Und man hat halt auch die Tränke und ne Eisenrüstung. Und ja, der wird auf jeden Fall ja, der wird auf jeden Fall erst mal gewreckt. Und ich renne selbst in mein Feuer. Das war natürlich sehr schlau, deswegen muss ich auch erst mal brennen. Das ist wieder... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich dürfte mal aufhören zu brennen. Danke, ey. Okay, jetzt muss ich richtig reinlacken, Alter. Okay, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich so tot. Ich bin so tot. Okay, shit. Ich muss wegrennen. Weit vom Wasser weg. Und dann... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wieso laufe ich F5? Und dann ihn anzünden. Dann ihn brennen lassen. Und dann von hinten angreifen, wenn er sich heilen will. Und... Oh, Gott. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Oh, mein Gott. Hätte er einfach weitergeschlagen. Oh, mein Gott. Zwei Herzen. Okay. Oh. Also, ich hätte einfach weitergeschlagen. Dann hätte es mich auf jeden Fall mehr gebracht. Okay. Noch eine Runde mit dem Clip von Hauptmann. Und go. Und alle Teilnehmer... Teilnehmer. Alle Leute, von denen ich die Kids habe, sind auf jeden Fall in der Beschreibung. auch verlinkt. Und ihr seht auch deren YouTube-URL hier. Okay. Und mein Handy. Alter. Ich muss echt mal ausschalten. Okay. Okay. Kit von Hauptmann. Überstanden. Dann machen wir das Kit von Palukos. Unterstrich. Okay. Er hat... PvP-Kit mit... Ja, PvP-Kit. Wieso sage ich PvP-Kit? Es ist alles ein PvP-Kit, weil er mich nicht damit töten muss. Mit Tränken und... Wassereimern und Lava-Eimern. Das könnte auch ein bisschen länger dauern, glaube ich. Weil, keine Ahnung. Okay, man hat zwei Lava-Eimer. Das heißt, ich kann einen fällen. Aber der Giftdrank... Ich hasse Giftdränke. Sind so schlimm. Vor allem, wenn sie 33 Sekunden gehen. Sind die noch schlimmer. Okay, man kann halt nie rechnen, wenn einer so um die Ecke geht, dass er keinen... Ja, Trank schmeißen will. Dreht er sich eh um und gibt mir einen mit. Aber geil wäre es gewesen, wenn er sich selbst angezündet hätte. Okay, ich mach mal den Boss. Bam. Aber er hat... Also ich finde, das Kit hat zu viele Pfeile. In der Kettenrüstung ist man schon relativ schnell tot. Will ich immer so behaupten. Und er leckt. Okay, okay. Das war jetzt nicht so gut. Oh, ne. Okay. Ähm, hier. Und noch eine Runde mit dem Kit von Pelo. Okay. Okay, er hat auf jeden Fall... Packt erst mal den Bogen aus. Okay. Okay, und ich wollte auch noch was ansagen. Ähm, ansprechen. Ähm, mir schreiben immer voll viele Leute, wie heißt das Lied von... Äh, bei Minute so und so. Und dazu kann ich nur sagen, ich hab... Oh shit, was mach ich eigentlich? Ähm, ich hab die Playlist. Oh Gott. Ne, ich brauch mein Wasser einmal. Ähm, die Playlist. Ey, Digga, was mach ich? Huh. Die Hunde ist verloren. Ich hab ihn nicht mehr mit dem Gift dran getroffen. Okay, jetzt muss der Boss beim Her. Jetzt muss der Boss beim Her. Aber so richtig hart. Und der Lava-Eimer vielleicht? Ne. Aber das Feuerzeug. Hui. Okay, das ist ja gekonnt ausgewichen, will ich mal behaupten. Ich nehm mal mein Wasser einfach wieder mit, wenn er ihn nicht will. Oh Gott. Puh. Ähm, ja, ich hab auf jeden Fall die Playlist, äh, die ich immer verwende. In der Kommentare... In der... Alter, was? In der Beschreibung. Mein Gott. Verlinkt. Bitte geto... Tch. Okay, noch ne Runde. Ähm, in der Beschreibung verlinkt. Ähm, da könnt ihr einfach... Gucken, euch die downloaden. Und... Ja. Könnt ihr euch einfach mal durchhören. Und dann findet ihr das auch. Weil ich weiß, die Titel so selbst von der ganzen Music selbst nicht. Also ein paar schon, aber... Alle dann auch nicht. Und das ist... Ja. Gut. Krieg ich jetzt mal drauf. Ich brauch einen Heiltrank. Hoffentlich hat er sich gesehen. Dip, 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 dip. Oh Gott. Leck des Grauens. Okay. Nimm den Giftrank. Ich will den nicht. Okay, er hat geheilt. Aber wahrscheinlich erst einmal. Oh Gott. Und mein Tod ist in Kaling. Juhu. Okay. Ähm. Ja, was soll ich machen? Das war ja mein Tod. Oh Gott. Der Giftrank. Der haut mich jetzt auf ein halbes Herz. Und dieses halbes Herz. Und dieses halbes Herz, Alter. Dieses halbe Herz wird mich umbringen. Weil ich lobe ihn. Vom Leben her. Amina. Oh. Huh. Okay. Solange ihr uns hier oben nicht trifft und wir regenerieren können. Finde ich das echt toll. Ich brauche halt nur einen Pfeil. Egal mit welcher Stärke und ich bin tot. Aber da oben kann er mir eigentlich nichts. Okay. Ich zöge jetzt mal ein bisschen raus. Wabu, komm runter, ey. Ne, ich bleibe jetzt hier. Okay. Ich werde aber gleich. Okay. Äh. Dann runter gehen. Aber mit drei Herzchen gehe ich hier nicht runter. Ich will da auch safe aus der Runde kommen. Oder soll ich einfach drauf gehen? MLG, wenn es nicht klappt, bin ich tot. Okay, gut. Wenn ich ihn in die Lava kriege, wäre das richtig nice. Weil dann hätte ich ihn in der Lava. Und dann wäre das richtig nice. Und er kriegt mich ins Feuer. Und ich mich selbst in meine eigene Lava. Und ich brenne. Und ich bin tot. Okay. Dann noch eine schnelle Runde. Alter, es geht von Palo, Alter. Macht mir riesigen Stress hier. Wir haben dann noch zwei weitere. Wie gesagt, zehn Leute. Okay. Springt der da noch runter? Okay. Das war jetzt nicht das Schlau von ihm. Weil er jetzt erst den... Er überlebt es einfach. What the fuck? What the Garsch? Bist du... Tot, oder? Okay. Dann haben wir... Und da haben wir das Kit von Palo. Wie soll ich sagen? Geschafft. Gemeistert. Ja, gemeistert. Okay. Und das nächste Kit von Concraft. Und ich finde das Kit... Ich bin saulustig. Er hat halt nur einen Helm. Eier, Diamant. Schiefel. Stiefel. Und ein Schwert. Das Boss heißt mit Rückstoß und Schärfe 2. Ja, man wird halt relativ schnell tot sein. Das heißt, ich will jetzt auch keinen Fallschatten bekommen. Weil ich dann ganz sterbe. Okay, er schon. Aber man wird halt relativ schnell sterben. Mit einem Schlag. Ne, mit... Oh, lol. Okay, noch mehr. Aber es ist halt... Wer die... Hits bekommt... Ja, es war halt genau gleich. Es ist halt, wer jetzt die besseren Hits bekommt. Und wer einem zum Beispiel einen Doppelhit. Oder wer halt Fallschaden kriegt. Er hat halt hier gewonnen. Julian hat Swag. Okay. Also wer Fallschaden kriegt, hat verloren. Aber... Wer den Fallschaden austeilt, gewinnt. Okay, da wird das Ganze nichts bringen. Es kommt halt jetzt um den Final-Schlag an. Und den habe ich gesetzt. Okay, noch eine Runde. Und dann haben wir das Kit auch. Und dann kommt das letzte Final-Kit. Okay. Wo ist er? Da ist er. Julian. Hey, nochmal Julian hat Zweck. Okay, das hatten wir jetzt das erste Mal, glaube ich. Oder ich passe halt nicht auf. Aber meiner Meinung nach das erste Mal, dass wir zweimal den gleichen haben. Wenn ihm halt jetzt die ganze Zeit so mit... Okay, den habe ich. Den habe ich. Oh, schade. Flawless wäre geil gewesen. Aber nein. Mit zwei Herzen überlebt. Und das letzte Kit. Ah ja. Kit Slash. Okay. Das letzte Kit von Paluten. Ja. Er hat... Okay, das kann ich natürlich hier nicht machen. Ich mache es mal hier. So. Ähm... Ja. Fischkopf einfach. Okay, da passt er jetzt genau auf jeden Fall. Okay. Go, go, go. Düm, 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 düm. Hallo? Okay. Ich glaube, wir kommen gerade auf die Situation so nicht klar. Oh Gott. Oh ne. Oh Gott. Aber der Eimer war nicht schlecht. Okay. GG. Und... Die letzte Runde. Mal gucken, ob wir die jetzt direkt machen. Gegen... XX... Fire Phoenix... Unterstrich... XX noch dahinter? Ja. Okay, ich wusste es einfach. Okay. Erster Hit. Oh, zweiter Hit. Okay, ich will den Screen. Okay. Hey, gerade noch gelesen, du. Okay. Ah ja, da oben, okay. Dann gucken wir da hin. D, 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 okay. Go. Okay, letzte Runde. Okay, einfach mal Zeitengetauscht. Zack. Zack. Oh Gott. Okay, hier muss ich mal meine Taxis anwenden. Was für 60 notes. Scope. Ey. Oh Mann. Ich schmeiße ihn mit beiden... Digga. Nee. Ich will es gewinnen. Das wird aber wahrscheinlich nicht so enden. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Außer ich komme hier relativ gut weg und haue ihn dann auch noch in die Labe rein. Oh Gott. Ich habe ihm halt einfach beide halt Dreck hier drauf geschmissen. Das war halt mega unnötig. Aber gut, okay. Er hat jetzt auch keinen mehr. Und ich regge jetzt. Und er ist halt voll. Er hat schon noch einen kleinen Vorteil, aber... Okay, er brennt. Es ist so eine... Oh Gott, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Oh, wieder... Da rennen. Ich renne mal hier mal hoch. Nein, 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 nein. Mein Tod. Oh Gott. Oh Gott. Schisch. Digga. Oh mein Gott. Ähm, ausweichend ist jetzt ein guter Tag, dir würde ich sagen. Jetzt auch jetzt rechnet er mich mit. So rechnet er. Oh mein Gott, wer das... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben das noch gewonnen. Huh. Auf jeden Fall GG. Wir haben ihm beide Heiltränke einfach in die Fresse geworfen. Und wir haben... Oh mein Gott, das war... Okay, ich muss sagen, das war halt vorher gespammt. Aber was ist das so eine Situation zu machen? Du hast keine Heilträger mehr, weil du eben deinen Gegner in die Birne geschmissen hast. Aber gut, ich würde sagen, das waren 20 sehr spannende, teilweise auch Kämpfe mit den Kits von YouTubern, die ich alle in der Beschreibung verlinkt habe. Könnt ihr auf jeden Fall alle auschecken. Sind alle richtig nice. Und ja, auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Ihr könnt euer Kit in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das auf jeden Fall mal probieren, falls es denn ein kreatives und cooles Kit ist. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ich mehr solche Sachen hier machen soll. Mit so Challenges vielleicht auch. Oder halt auch mit bestimmten Kits von irgendwelchen Leuten. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ist immer noch eine Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.